Desmond und Co. mussten am Ende von Teil 2 fliehen. Ezio ist verwirrt, ihr wart vermutlich auch verwirrt und es bleibt eigentlich nur eine Hauptfrage offen – wie zur Hölle soll das denn jetzt alles weitergehen? Die Antwort drauf gibt's in Assassin's Creed Brotherhood. Nach dem dramatischen Finale im letzten Ableger müssen Desmond Miles und seine tollkühne Crew einen neuen Unterschlupf finden. Lucy ist sich zudem sicher, dass eine gigantische Sonneneruption die bevorstehende Katastrophe sein wird – und um die zu verhindern, brauchen die Assassinen unbedingt die Hilfe der ersten Zivilisation, die Vorfahre Ezio in Rom damals gesehen hat. Bedeutet im Klartext, Desmond muss wieder in den Animus, um den Edenapfel und die Tempelanlagen von Minervas Rasse zu finden. Letztere hatte sie am Ende des Vorgängers erwähnt – und nur mit denen haben die Assassinen eine Chance, das Aussterben der Menschheit zu verhindern. Zuflucht finden die vier in Monte Regioni. Hier macht sich der Sicker-Effekt wieder bemerkbar – der Held sieht auch ohne Maschine Schemen aus der Vergangenheit, kann so aber immerhin die Gruft der Villa öffnen. Als er danach wieder für Strom gesorgt hat, geht es zurück in den Animus – das Ziel ist ja klar. Allerdings gibt's mal wieder Probleme. Anstatt dass Desmond direkt im Jahre 1507 gucken kann, wo Ezio den Edenapfel versteckt hat – das hat Rebecca mittlerweile herausgefunden – wirft ihn die Maschine weiter zurück. Grund ist sein Vorfahre, der sich in diesem Jahr an etwas sehr Bestimmtes erinnert. Damit gibt es zwei Erinnerungen, die gegeneinander konkurrieren. Klingt furchtbar kompliziert, aber im Grunde ist es genau dasselbe wie im allerersten Teil der Reihe. Die Synchronität von Desmond und Ezio ist für das Wunschjahr einfach nicht gut genug. Also muss der Held einmal mehr deutlich mehr nacherleben, als er und seine Freunde es eigentlich wollen. Die Reise in Brotherhood beginnt im Jahre 1499 genau da, wo sie ein Ableger zuvor aufgehört hat. Der italienische Assassine ist nach dem Gespräch mit Minerva extrem verwirrt und muss danach feststellen, dass sowohl Rodrigo Borgia als auch der Edenstab des Papstes verschwunden sind – bzw. gerade verschwinden. Zusammen mit Onkel Mario kämpft er sich aus dem Vatikan heraus und vertraut dem Mann den Edenapfel an. Er selbst weiß einfach nicht, wie er das Artefakt sicher verwahren soll. Danach geht es zurück nach Monteregioni, wo der Held sich erst einmal fachgerecht entspannt. Doch die Ruhe ist trügerisch. Rodrigos Sohn Cesare Borgia steht mit einem Heer vor der Tür und legt die halbe Stadt in Schutt und Asche. Er stiehlt den Edenapfel von Mario, er schießt diesen dann und auch Ezio wird von einer Kugel schwer verwundet. Damit ist der toskanische Assassinenorden erst einmal vernichtet. Der Held hilft dem Rest seiner Familie durch die Katakomben zu entkommen, folgt danach dem Mörder seines Onkels Richtung Rom und fällt dabei ohnmächtig vom Pferd. Er erwacht in einem kleinen Haus, in dem eine Frau sich um seine Wunden gekümmert hat und ihm sofort eine neue Garderobe bereitstellt. Draußen wartet ein alter Bekannter auf den Mann, Niccolo Machiavelli. Der berichtet von den katastrophalen Zuständen. Rom ist völlig unter der Kontrolle der Borgias und die Assassinen haben – wie bereits angerissen – keine Struktur mehr in Italien. Allerdings lassen die Templer die Metropole verwahrlosen und damit gibt es auch eine Chance für die am Boden liegende Gruppe. Auf der Tiber-Insel richten Machiavelli und Ezio ein Hauptquartier ein und bauen den Orden wieder auf. Denn aktuell sind sie einfach zu schwach, um gegen Cesare wirklich etwas ausrichten zu können. Der Held sichert sich die Gunst der Kutisanen, die seine Schwester Claudia danach übernimmt, und die der Söldner- und Diebesgilde. Auch die werden von zwei alten Freunden geleitet – Bartolomeo und La Volpe. Letzterer ist aber nicht sofort dabei, denn er vermutet, dass Machiavelli zum Verräter geworden ist. Tatsächlich erwischen der Dieb und Ezio den Freund bei einem sehr verdächtigen Treffen. Allerdings gibt es nur Indizien, weswegen der Verdacht erst einmal ruhen gelassen werden soll. La Volpe stellt trotzdem hinter dem Rücken des Helden weiter Nachforschungen an. Mit den drei Gruppen vereint, infiltriert Ezio die Engelsburg, denn wie es der Zufall so will, sind sowohl Rodrigo als auch seine beiden Kinder Cesare und Lucrezia Borgia dort, die sich für Geschwister, sagen wir mal, ein wenig zu gut verstehen. Etio schafft es in die Burg, allerdings erreicht er seine Ziele nicht mehr rechtzeitig. Immerhin kann er seine Liebschaft Caterina Sforza aus dem Gefängnis retten und hat fortan eine Verbündete in Forli. Nach dem misslungenen Attentat beschließt Ezio nicht nur die Gilden, sondern auch die Bürger Roms für sich zu gewinnen und das Fundament von Cesares Macht nach und nach zu zerstören. Er rekrutiert rebellierende Bewohner, gliedert sie in den Orden ein und bildet sie zu fähigen Assassinen aus. Danach greift er das an, was die Basis jedes mächtigen Mannes ist – seine Geldbörse. Cesares Hauptgeldgeber ist der Bankier Juan Borgia, den der Held auf einer Orgie heimlich erledigt. Im zweiten Schritt will der Mann die Franzosen aus Rom vertreiben, die einen Pakt mit Cesare haben und ihn militärisch verstärken. Verkleidet als französische Soldaten, infiltriert er mit Bartolomeo das Lager der Feinde und tötet deren Anführer. Danach verschwinden die restlichen Truppen aus Rom. La Volpe hat zudem herausgefunden, dass ein Geliebter von Lucrezia einen Schlüssel zur Engelsburg besitzt. So einen leichten Zugang für den zweiten Angriff können die Assassinen sich einfach nicht durch die Finger gehen lassen. Also rettet der Held den Mann vor einem Killer Cesares, erhält den Schlüssel und macht gerade noch rechtzeitig eine wichtige Entdeckung. Er erkennt einen Mitstreiter aus Monteregioni, der verdächtig schnell davonläuft. Es stellt sich nämlich heraus, dass es wirklich einen Verräter in den eigenen Reihen gab. Es war aber nicht Machiavelli, sondern dieser Kerl, der sich auch prompt selbst umbringt. Ezio eilt danach schnell zu seinem Freund, da La Volpe ihn wegen der vielen Indizien ausschalten will, verhindert den Mord und stellt das Vertrauen zwischen allen wieder her. Danach hat der Auditore endgültig bewiesen, wie gut und fähig er als Assassine ist. Machiavelli gibt sein Amt als Großmeister auf und überträgt es an Ezio, der damit den wiedererstarkten Orden anführt. Auch Schwester Claudia nimmt er im gleichen Zug nun offiziell darin auf. Als die Gruppe erfährt, dass die Borgias zurückgekehrt sind, leiten sie die letzte Offensive ein. Mit dem Schlüssel gelangt der Held in die Engelsburg und sieht, wie Cesare seinen eigenen Vater und damit den Papst höchstpersönlich umbringt. Denn der wollte seinem Sohn einfach nicht verraten, wo der geklaute Edensplitter versteckt liegt. Dank Lucrezia wissen es aber sowohl Cesare als auch Ezio schnell. Der Apfel liegt im Petersdom versteckt, der Held gewinnt den Wettlauf dorthin und vertreibt mit der Macht des Artefakts sowohl den Borgia als auch alle anwesende Wachen. Der Feind hat jeglichen Rückhalt in Rom verloren, schafft es aber noch zu fliehen. Zwar fängt ihn ein Assassine im Namen des Vatikans wieder ein, allerdings entkommt er seinen Ketten erneut und setzt sich nach Spanien ab. Hier spürt ihn Ezio 1506 auf und erledigt ihn in einem letzten Gefecht. Danach bleibt nur noch eins, den Edenapfel sicher zu verstecken. In einer Gruft der ersten Zivilisation unter dem Kolosseum in Rom lässt er das Artefakt im darauffolgenden Jahr zurück und einmal mehr endet seine Geschichte – zumindest bis zu seinem persönlichen Finale in Revelations. Damit haben die Helden in der Gegenwart alles, was sie für den Moment brauchen, und reisen zum verfallenen Denkmal in Rom. Desmond klettert durch die Ruin und sieht Visionen von Juno, die ebenfalls von der ersten Zivilisation stammt. Sie führt ihn unterirdisch in die Kirche Santa Maria in Araceli, wo er eine Tür öffnet und so seine Freunde hinein holt. Außerdem aktiviert er mit Hilfe seiner DNS einen Aufzug, der alle vier in die geheime Gruft führt, in der der Edensplitter liegt. Hier muss Desmond zum Apfel klettern und hört dabei immer wieder Juno, die kryptisch Zusammenhänge zwischen der ersten Zivilisation und dem Adlerauge herstellt – etwa, dass die Menschen es nur der ausgestorbenen Rasse zu verdanken haben. Als er das Artefakt mit den anderen endlich erreicht und nimmt, verliert er die Kontrolle über seinen Körper. Juno steuert ihn gegen seinen Willen und er sticht Lucy – beide sacken zu Boden und es wird schwarz. Aus dem Off hört man nur noch Desmonds Vater William reden, der den Helden in den Animus legen und ihm so das Leben retten will. Untertitelung des ZDF für funk, 2017